Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von DIAWULF! Mit dabei! Verwundert sich wieder und ein genervter Wuff! Hi! Hi! Hi, Ludwig! Ich bringe viele Sachen aus der Fremde mit! Schau mir in die Augen! Hallo! Ich sehe nur einen Diamanten! Wie ziehst du einen Diamanten? Hey, ist das besser? Wie? Oh! Das passt manchmal zu dir! Ja, du schau mal, wo der Diamanten hängt! Warte mal kurz, äh... Naja... Jetzt muss ich erstmal schneller um... Oh, ey! Wichtig, das war knapp! Jetzt schau mal auf F5, wo der Diamanten hängt! Also, ja, warte mal kurz, F5! Ich sehe gar kein Hut! Okay, mein Gut! Warte mal kurz, ich drehe mich mal um! Vielleicht siehst du einen Diamanten jetzt? Ey! Ich... DIA! Wuff! Ist der Diamant gerade über ihn? Ich... Na gut! Ey! Vollsichtig! Geil! Ähm... Ja, lassen wir das! Lassen wir das! F5! So, ich bringe viele Sachen mit noch von... aus meiner... Unten in die Kiste! Ich bin zu fett für diesen Durchgang! Ja, du bist ein sturer Esel! E-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Spawner, Hexe... Luftscherben, Öl... Wo durst du das hin? Äh... In die... Ro... Oh, durch die... Ja, ich kann... Wo soll ich das alles reintun? Ich verteile mich erstmal hier... Maulbeerblatt... Ähm, die Sachen für die Smeltery, wo soll ich die reintun? Äh... Mir mal geben! Du platzt das am besten! Okay, ein Limp! Was ist ein Limp? Hä? Das ist alles, was ich mitgenommen hab. Danach bin ich gestorben. Ach! Deine nur? Ja, ich bin danach gestorben und bin danach weggelaufen. Oh, Mensch! Okay, also Leute, Aufnahme bitte! Ja, wir sind in der Aufnahme! Aaaaah! Das fällt ihm erst nach drei Minuten noch, dass wir die beiden auch aufnehmen! Jaaaah! Dass ich die ganze Zeit mit meinem... ...Weif über ihn schwebe! Dass das YouTube die ganze Zeit sieht! So, wo kommen die denn hin? He! Nein, ich hab einfach zu paralysiert! Genau! Dann habe ich den Werfer irgendwie noch mitgehen lassen! Eeeiii... Auaauauau.. Was? Das paß Schwimmflossen dabei? Nö. Aber wir werden mitschlafen. Achso. Na klar. Ich hab übrigens zwei Typen von... äh... ...freigeschaltet. Gefallener Ritter und... ähm... ...diesen Vampir-Ding. Flieg! 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 Wir heben ab! Wuff, du liegst eh wirklich verkehrt. Hm? Du liegst wirklich komisch. Ja. Jetzt wieder größenbehindert. Du bist einfach klein. Hier liegt's auch falsch da. Ja, irgendwie hab ich jetzt einen schwarzen Bildschirm. Vor allem jetzt. Also jetzt wirst du dunkel? Ich bin eingeschlafen. Ich auch. Gut, falls mich jemand sucht, ich pflanze neue Kupferpflanzen. Ja, mach das. Äh... Ich spiele ja Maus. Juhu! Verwandle dich! Boah, das war knapp. Verwandle dich! Das war knapp. Das war knapp. Ja, ja, verwandel dich. So, und jetzt können wir wieder normal... Ja, Wuff hat's nicht richtig geschafft, verwandeln. Okay... Irgendwie bin ich einfach als Fledermus gestorben. Also... Yay, das war verweist! Ich war schon in den Creeper. Wupp! Autsch! Ist auch der einzige, was die Creeper mag. Wupp! Und jetzt ist es lustig, die machen keinen Schaden. Äh... Mal ganz kurz... Wupp! Wupp! Ich wollte gerade meine Schablone hinlegen. Achso... Entschuldigung! Geht das jetzt? Ne. Hä? Doch, irgendwie will ich diese Schaflohne nicht. Och, Memo. Wer hat denn da jedes Mal so ein bisschen nur da reingetan? Ja, das war ja ich mit den Kupferdingern, die ich hier finde. Ja, das ist aber scheiße, wenn die Smetterie... Ja, ich bringe ja gleich wieder Kupfer rein, also... Ja, keine Ahnung. Das wird Ahnung jetzt noch gehen machen. Alter, ich fühl mich ehrlich verarscht. Wieso dann? Ja, wenn überall ist nur zwei Gramm drin. Ich hab die Smetterie nicht angeholt. Sonst weiß ich mal. Das weiß ich. So. Ich check das nicht. Nashi, wie ging das nochmal mit den Formen? Äh, da brauchst du, äh... Warte mal kurz, ähm... Du brauchst die... Genau. Du brauchst erstmal dieses... Du brauchst die... Du brauchst die... Du brauchst dieses Rezept dafür, oder? Äh... Wir haben drei Bücher. Von der Smetterie. Äh... Ich steck mal den her. Ey. Spitzhacken-Gussform... Nein, sogar... Dann kriegt man das selbe. Du brauchst die Spitzhacken-Gussform und daraus machst du dann eigentlich alles. Irgendwie ganz komisch. Das ist doch gar nicht das. Das ist falscher. So. Schmerzerei! Ja, das Schmerzerei hat ja mit denen nichts zu tun. Äh, am Anfang. Also... Ding... Dann das... Nein... Schablone, Schablone umarbeiten... Haben wir alles. Da, Bücher, Bücher... Kettenanwender... Schuhe... Oh! Gut, ich bin ein bisschen Pflanzen unter der Erde. Ja... Wenn jemand den Gas dreht, ne? Nein! Rauch oder hat? Schade. Rauch! Äh... So ein Schwert sollte ich mir auch mal machen. Ja? Ich glaub schon seit... Ewigkeiten ohne Schwert rum. Äh, ich... Ich hab mein Stahlschwert eingetauscht, damit ich Platz im Inventar bekomme. Stahlschwert mach ich. Ja, wir haben ja Stahl jetzt. Kannst du... Wieso machst du dir nicht ein Stahlbreitschwert? Ja, was? Ein Stahlbreitschwert gibt's doch auch, oder nicht? Ja, es gibt's doch. Das ist nur bei Smetteri zum Gießen. Und dafür brauchen wir erstmal die Form. Hm. Darum kümmere ich mich ja jetzt grad. Ja, sehr schön. Musst du kurz abwarten. Ja, ja, ich warte. So. Äh... Ja. Das heißt, also theoretisch... Ah, Mann, ey... Weiß jetzt schon das. Was denn? Äh... Dass das nicht so... Irgendwie sehe ich grad doppelt, oder? Weizenbeerreif. Aua, wer schießt das? Ja, ja, ich weiß, aber ich... Ich... Wir haben ja genug Essen. Wer schießt denn da auf mich? Ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Ist klar. Ja. Oh, hat der Bogen nicht getroppt. Verdammt. Schade. Sag mal, diese Kupferpflanzen, die wachsen auch bei Licht, ne? Nein. Okay. Gut, dann muss ich... Nein, die brauchen absolute Dunkelheit. Dann brauche ich... Das wäre ja die geniale Idee, wenn wir eine Redstone-Lampe hier hätten. Haben wir aber keine Redstone-Lampe. Ja, wir haben ja nicht mal Redstone. Klar haben wir Redstone. Ach ja, was? Nein, wir haben keinen Cloudstone. So, dann kippen wir mal eben... Äh, da. Walzmaschine, Walzmaschine, da kann ich das doch auch walzen, das was ich brauche, oder nicht? Nee, das ist für die Schienen, äh, das ist für die Schienen. Ach so. Oh, ne, no, 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 no. Binget kommt der Eiermanten und sagt auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Ciao.